Willkommen zu Megatrends im Visier. Mein Name ist Michael Proffe. Mit meinem Trendfolgesystem begleite ich die großen Megatrends der Aktien an den Börsen. Das mache ich schon seit vielen Jahren und das extrem erfolgreich. Was Megatrends sind, das wissen Sie vielleicht schon. Sie kennen das bestimmt, wenn Sie in der Stadt einkaufen gehen, dann kommen Sie irgendwann an einem Vielmann-Geschäft vorbei. Vielmann ist eine bekannte Marke in Deutschland, fast jeder Deutsche kennt Vielmann. Schauen Sie ruhig mal in so ein Geschäft hinein, dann werden Sie sehen, da ist immer eine ganze Menge los. Das ist schon seit vielen Jahren so und das spürt man dann auch an der Börse. Der Aktienkurs von Vielmann konnte in den letzten zehn Jahren sich mehr als versechsfachen und das in einem ganz intakten Aufwärtstrend. Nun kommt dazu, unsere Gesellschaft wird immer älter und älter und mit dem älter werden kommen gewisse körperliche Schwächen dazu. In der Regel fängt das an mit Sehschwäche und Hörschwächen. Davon profitiert natürlich vielmann. In den letzten zehn Jahren hat die Aktie schon extrem davon profitieren können und auch in der Zukunft wird das Unternehmen weiter davon profitieren. Denn wir wollen ja auch im hohen Alter weiterhin gut sehen und gut hören können. Und da ist Vielmann natürlich die erste Adresse in Deutschland. Wenn wir jetzt noch mal die Aktie anschauen, wie sich die letzten zehn Jahren entwickelt hat, dann können wir vielleicht ahnen, wie die Entwicklung über die nächsten zehn Jahre aussehen wird. Ich bin bei der Aktie seit vielen Jahren mit meinen Lesern dabei und werde auch in Zukunft dabei bleiben. Und auch Vielmann hat seit langem das Potenzial erkannt und expandiert, wächst von Jahr zu Jahr. Seit vielen Jahren sehen wir hier ständig steigende Umsätze und Gewinne. Und es sieht danach aus, dass es in den nächsten Jahren so bleiben wird. Ja und so sieht ein Megatrend aus. Ein gesunder Aufwärtstrend über ein Jahrzehnt. Hier können sich Anleger freuen. Hier haben sie in letzter Zeit viel Geld verdient und hier werden sie auch in Zukunft noch viel Geld verdienen können. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißen Megatrends im Visier. Ihr Michael Proffe.